Was ist euch wichtig bei einer Uhr oder einem Smart-Gadget? Gute Frage! Style? Das ist die DIVUM TIMESPACE und ich bin extrem, das Ding ist eine Uhr, die man lieben oder hassen muss. Warum ist die DIVUM TIMESPACE eine Uhr oder ein Gadget, das man lieben oder hassen muss? Finden wir es raus im Video und ob ihr das Teil wollt oder braucht, schauen wir uns an. Hinten drauf steht TIMES TRAVEL, ne? Gibt es gar nicht, TIMESPACE ist es eigentlich, ne? Aber wegen, weil die Uhr TIMESPACE heißt und du reist damit, ich weiß es nicht, TIMESPACE, ja. Die hat auch einen Lautsprecher, wie die meisten DIVUM-Geräte und wer das nicht weiß, das sind Pixel-Uhren. Und diese Pixel-Uhr hat fünf Displays, nicht eins, fünf. Die sieht man hier hinten ganz gut. Fünf Displays mit fünf Adaptern. Hinten Licht raus, an der Seite Licht raus, Rumpeläutung. Kann man alles ändern, wie man will, kann man einstellen, kann man futuristisch machen. Ich lass mir damit meistens die Uhrzeit anzeigen. Beworben wird das Ganze mit Nixi-Style. Nixi-Style, falls ihr es nicht wisst, Nixi-Uhren waren Uhren. Die haben so ausgesehen und es waren fünf Glühdrähte oder mehr verbaut. Und diese Glühdrähte waren hintereinander 3D-orientiert. Das heißt, immer wenn sich eine Sekunde geändert hat, wurde ein anderer Glühdraht angesprochen. Röhren sah cool aus, ist immer noch cool. Unglaublich teuer, wenn man Nixi-Uhr und Holzschädchen kaufen will. Röhren sind nicht mehr gerade das, was wir so nutzen und ineffizient und sie leuchten in einer Farbe. Und da hat sich Timespace hier die WOOM gedacht, komm, machen wir mal geiler. Machen wir mal so. Und dann sieht das Ganze so ein bisschen aus wie so eine Nixi-Uhr. Was geiler ist, ist das Feature-Set, die WOOM Ökoverse. Ihr könnt auf jedes Display drauflegen, was ihr wollt. Da kannst du hier deine YouTube-Sponsors drauflegen, da kannst du hier deine Viewer drauflegen, dein Chat, dein RSS-Feed. Ihr habt da auch Lautsprecher, ihr könnt das Licht ändern, die Modi ändern, ihr könnt hier euch so durchzappen. Also es soll futuristisch einfach nur futuristisch aussehen. Die fünf Displays sind nicht schlecht, sind aber LCD-Displays. Und deswegen sind so Effekte wie Nixi und so weiter schlecht, weil du hast kein komplettes Schwarz-Schwarz. Aber es sieht wirklich schön aus. Das ist ein Piece, das kannst du dir hinstellen, vielleicht am Schreibtisch oder so. Da hast du deine RSS-Feeds, wenn du sie auf dem kleinen Display lesen willst mit drauf. Da hast du dein Wetter, deine Notifications, kannst du koppeln. Alles halt im typischen, die WOOM-Universum. Muss man mögen, die Pixel-Watches kannst du deine eigenen Watch-Faces machen, kannst du mit deinem Handy rumarbeiten. So wie es halt bei die WOOM-Watches-Uhrendingern seit Jahren ist. In Echtzeit, mit WiFi aktualisiert, du kannst überall alles einzeln drauflegen. Ist halt schon cool, ja. In Pixel-Style-Uhr halt. Und dann suchst du die für Dings 5, da möchte ich was anderes haben. Da gehe ich hier durch und sage, oh, ich möchte das Meteo-Dings haben. Warum auch immer, es sieht gut aus, ich will es haben. So. Wir müssen aber über Sinn und Unsinn reden, weil das Ding kostet Geld. Ihr seid so um die 80 bis 100 Euro. Je nachdem, wo ihr es auch schickt und wie seid ihr dabei für so ein Teil. Es ist voll Plastik. Es sieht aber in echt schöner aus wie auf Kamera. Das stimmt, es sieht in echt schöner aus wie auf Kamera. Aber du musst näher herangehen, denn es spiegelt. Das Ding spiegelt. Nicht nur, weil diese Plastikverschalung, die das Ganze ein bisschen wie Röhren aussieht, spiegeln lässt. Sondern auch, weil das Glas oder Plexiglas außen spiegeln lässt. Das heißt, es ist ein sehr verspiegeltes Gerät. Und das sollte dann da stehen, wo nicht direkt Licht drauf fällt. Das ist die eine Sache. Gut lesbar sind die Sachen trotzdem. Jetzt, wenn du Brillenträger bist, brauchst du schon eine ziemlich große Schriftgröße, um da was genau zu erkennen oder musst dich darauf konzentrieren. Was für mich eher ein bisschen nervig ist, weil ich die Sachen eher ein bisschen größer gegangen habe. Man muss Cyberpunk-Futurist sein wollen oder es hier irgendwie in sein Set oder Man Cave einbauen wollen. Oder ins Women Cave, dass du das so als Set-Piece hast und das zeigt dir dann Sachen an. Oder eben ins Desk-Setup. Und man muss es geil finden. Es ist auf jeden Fall was, was es sonst nicht gibt. Keine andere Firma hat sowas. Die haben zwar Nixi-Clocks, wo man auch andere Sachen anzeigen kann. Aber sowas Futuristisches, so mit dem Design-Style und so, hat jetzt keiner so. Es kam auch in einer geilen Box an, muss man sagen. Und man kann alles mit dem DIVUM-Zeug einstellen, wie immer. Fehlerfrei, schnell, einfach. Aber wichtig für euch, das Ding hier ist ein Gadget. Das fällt in die Kategorie, muss oder brauche ich nicht. Und das müsst ihr echt für euch entscheiden, ob ihr sowas braucht oder nicht. Denn das ist viel Geld für, ich gebe dafür fünf Mini-Displays, die rumturnen was aus. Das stimmt. Und ihr habt keine Anbindung jetzt so einfach an andere Ökosysteme. Ihr könnt jetzt nicht einfach alles von Home Assistant dahin schaufeln. Und ihr müsst schon entweder euch selber diese Displays anlegen mit dem Creator. Dann könnt ihr die hochladen und sharen und so weiter. Oder eben cool im Netz finden. Unter der App und dem Öko. Es gibt ja ein riesiges Forum und so weiter, die sich darüber austauschen über diese Pixel-Displays. Die haben ja Liebhaber. Man kann da auch Scoreboards mitmachen. Ich habe einen Punkt gemacht. Du hast einen Punkt gemacht. Man kann sich das hinstellen als Spielberater und könnte dann sagen, pass auf, hier ist ein Score-Meetem und die Uhrzeit mit drauf. Also es kann echt einen Mehrwert haben. Man muss aber genau die Zielgruppe dafür sein, die das geil findet und nicht nur einmal so hinschaut. Ja, ist ganz cool, aber bräuchte ich jetzt nicht. Dann ist das eine schöne Sache. Die Knöpfe funktionieren ganz gut. Ich hätte mir ein bisschen mehr Haptik gewünscht, als nur so leicht durchzudrücken. Auch die Lichtverhältnisse, dass du jedes Licht an- und ausmachen kannst. Fabelscaling ändern kannst, ist schön. Auch, dass du einfach schnell durch diese Modi durchschalten kannst, finde ich sehr schön. Wenn man die Füße öfters mal abmacht, dann fallen sie auch leicht ab. Das heißt, mach die nicht so oft ab. Darunter sind Schrauben versteckt, falls man das Ding aufmachen wollen würde. Ich finde, das Ding ist gut. Und es macht, was es soll. Es ist relativ wertig, auch wenn es Plastik ist. Es ist eingebaut. Die Displays sind toll, die sind scharf. Alles, alles toll. Aber man muss es wirklich, wirklich wollen. Ich wollte euch deswegen vorstellen, weil es eine Kuriosität ist. Bei mir hat es natürlich Platz. Ich kann hier meine YouTube, meine Twitch, meine Facebook, alle Zuschauer live sehen auf einem kleinen Display. Um die Uhrzeit und so. In meinem Stream hat es natürlich einen großen Mehrwert. Wenn ich das Ganze hier nicht auf dem PC oder was irgendwas, sondern ich habe hier mein DTIS Display und sehe immer genau, was ist da gerade los. Ich kann mir hier auch Gifts, Supers und so weiter einblenden lassen. Also für Streamer ja. Auch für Leute im ManCave. Aber müsst ihr wissen. Also ich bin wirklich zweigespalten. Ich mag diese Pixel Displays. Aber es ist immer so eine Frage. Das Ding hat keinen Akku. Wie manche anderen, die Wohngeräte hat gar keinen Akku. Das heißt, es braucht immer Strom. Das heißt, es braucht einen guten Ort, wo es stehen kann. Und dann muss es ins Set passen. Und ihr müsst es wollen. Also wirklich, sagt wieder mal, und ihr müsst es wollen. Der Zehnjährige, der mir schreit, weil er es so geil findet. Als Erwachsener den Einsatzzweck muss man rechtfertigen. So können wir es gut durch beschreiben. Aber es ist ein gutes Geschenk auf jeden Fall für Jugendliche und Streamer und Medienleute und Social Media und so. Wisst du, wisst du, wisst du was? Wenn es euch gefällt, liegen wir in der Videobeschreibung. Schaut es euch mal an, falls ihr das geil findet oder überhaupt so nix, die Style-Sachen. Das ist schon nice. Also, ne? Ist schon nice. Muss aber richtig Set in Setting passen. Und eine Liebhaber. Das ist so eine Liebhaber-Sache. So wie wir euch liebhaben. Und ihr uns hoffentlich auch. Und deswegen raus aus diesem und rein ins nächste Video gehen.